So, jetzt spritze ich die Zuckerübung gegen Unkraut mit 200 Gramm Lenz-Sar. Das Produkt heißt hier Warrappe. Ich denke, das wäre ein günstigeres, gleiches Produkt. Dann Petron, 2 Kilo. Und Petastar, 1,5 Kilo die Hektare. Die Hektare auf den T-T-T-T-T-T. Jetzt das Auto in diese T-T-T. Und das erste Kilo. Die Hektare auf den T-T-T, auf die Hektare wie Säte das ist. So, jetzt hier raus und so. Dann folgen dem T-T-T und das Kilo. Ja, liebe Hüterfreunde, ihr seht es da, eine frisch bereit zurechtgemachte Strasse. Die Gemeinde hat da diese Strasse saniert, an meinem Feld. Hier ist mein Zuckerrübenfeld. Da kann ich dann wieder gut fahren hier. Ich hatte da jahrelang hier unten bei der Graf-Trocknungsanlage die erste rechte Strasse. Und jetzt sollte das dann ein paar Jahre aufhören. Danke den Gemeinde Erzigen für diese schöne Strasse. Für Zuckerrübe, zwei echte Blätter. Unkraut von der ersten Spritbehandlung angeklagen. Hier ist ein neues Gewachsen. Hier wächst ein neues Unkraut. Ich mache jetzt hier die zweite Spritbehandlung heute Nacht. Hier im Hintergrund. Graf-Trocknungsanlage in Betrieb. Graf-Trocknungsanlage der Genossenschaft. Das Wetter hat sich verschlechtert. Es geht einen ziemlich starken Wind. Eher ungünstig zum Spritzen, aber jetzt bin ich gerade fertig. Ich pumpe da Frischwasser mit meinem Tank und da noch auf dem Feld. Ich fahre da noch eine Länge und spüre den Tank so ab. Hier kann ich umstellen vom Frischwasser Tank wieder auf normalen Spritzen. Ich Frankfurt, vier für Trocknungsanlage, Wie geht's das, was ich genau da? Ich bin froh. 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 Vielen Dank.